ok boys und girls heute gibt es weitere tickets und zwar die normalen ich wollte gerade jubiläum schreien aber das ist die worldwide tickets haben sowohl auf global als auch jp werde ich in diesmaler gehen weil ich auf beiden versionen dupes für in future go an hätte sein easy ist nämlich brachial und ich habe auf beiden versionen nur ein dupe den habe ich auf global gar nicht würde ich annehmen randis habe ich auf keinen version dupes für die androids würde ich annehmen margin vegetal habe ich auf global nicht auf jp fehlt nur noch ein dupe auf 100 prozent das heißt ich werde hier reingehen ihr müsst halt gucken wo ihr reingehen wollt wenn ihr dupes für samasu zb wenn ihr lr samasu gezogen habt und ihr habt agel samasu gar nicht oder nur mit einem dupe oder so dann könnt ihr könnt ihr die versuchen mit den tickets hier zu pullen woher gibt es diese tickets woher habe ich sie die wurden zum einen free to play verteilt zum anderen mit den memorial stones diese memory stones wird aber nicht jeder mann haben bei den memory stones habe ich erst mal empfohlen euch die rainbow ticket zu und die habe ich noch gemacht auf jp habe ich doch 109 für zwei drei ich kann mir dadurch keinen dupe holen vielleicht habe ich mir garantiert irgendwann geholt deswegen werden wir alles rausballern und diese restlichen memory stones bekam man bekommt man für ausgegebene stones je 50 ausgegebene stones im letzten jahr sind ein ticket genau falls euch fragt woher ich sie habe ja und es macht keinen unterschied ob ihr direkt die 50 ob ihr direkt 50 tickets raushaut einen oder sieben es gibt keine garantie gar nichts ihr nehmt einfach die tickets an und ihr geht hier rein das sieht einfach nur dazu da dieser 50er multi damit man hat damit man nicht so oft auf sammeln 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 drückt bitte gibt mir zumindest eine animation bitte das sind 50 karaktiere bitte dankeschön sehr gut hier sind auch nicht viel statt gelbe coin lr tatsächlich aber nicht unbedingt aktuelle moderne also hier ist kein lr samasu kein goku kein golden freezer und und da sind so gelbe coin lr so bis tapio und so tapio minosha sowas aber ich meine why not tapio minosha habe ich immer noch nirgends einmal hauptsache haben i guess warum nicht lasst mich wissen was ihr so gepult habt boys and girls ich will tatsächlich die featured charaktere also wie gesagt easy in future waren wir wirklich richtig gut wenn ich das für easy in future kohann pull dreams dreams auf elbermann elbermann ist hier nicht drinnen leute wenn wir gerade ziehen dass er auch krass for the mean oh mein gott was ist das für ein bisschen wie alt dieser kippo ist ich weiß gar nicht was ich hatte hat die tickets eine sekunde wo man willkommen hat benutzt ja ich bin einer der letzten glaube ich der die raussaut hab lol sie ist einfach den sapi seh hier ok warum nicht hab eletapien auch mal gezogen und einfach nie benutzt ja mir geht es auch nicht darum die einfach zu benutzen sondern sie einfach zu haben so was der boy habe eletapulmer im kohannwander gezogen also nicht auch das ist gut sind eigentlich alle drin ja was glaubt wir sind alle drin ja aber nicht so moderne nicht so aktuelle so bis ich sie einfach die allerersten druck an fest charaktere bis sie wie alt der ist ja aber also eletapulmer schon so was ist drin also kein eletapulmer zu kein golden freezer und so sofort noch gott kann man schon mal geil dann weiß ich drei oder mehr ist es ja weil du ihr merkt die leute hier sind die alten animationen drin deswegen gehe ich davon aus dass nach der celebration wir weiter die alten animation haben werden ich glaube auch dass die super sind 1 2 3 wieder die alten werden oder sie werden oder sie werden alle bahn updaten auf die neuen animationen weil ich finde die neuen animationen der world-wide-ceration klar geil wir haben eine animation aber ich finde man hat ja viel mehr machen können mit deinem finger junge wenn er irgendwann ein dieselbe kommt dann natürlich geil man hätte da viel mehr machen können finde ich mit den neuen animationen zum beispiel die haben einfach goku black rift genauso gelassen wie es ist ich meine ja passt ja schon so ist nicht zukunftslager goku black aber wie geil es wäre wenn dann einfach goku black mit fliegt oder goku black aus dem team ich weiß übertreibt aus dem riff kommt oder dass er dann statt goku blue in goku black ja ich weiß ich übertreibe richtig aber irgendwas anderes hat keine ahnung ja genau ich würde die ssj animationen eigentlich auch drin lassen die finde ich ganz clean also nur die neuen wenn man eine zeitmaschine so weg macht okay aber die neuen würde ich drin lassen ja aber auch bei den normalen das war aber das war aber zwar vor der world-wide drin aber die redstone banner und so die kam ja auch danach rein und die haben auch die normalen animationen aber am ende oder ja selbst haben wir gerade bei redstone tickets gesamt es sei denn ich hab's vergessen am amnese ein redstone ticket banan oh mein gott schlecht gar nicht gepullt ja deswegen ich habe vorhin gesagt ja vielleicht hätte ich 150 hätte ich mir direkt ein tube raus gelassen ich hätte mir direkt easy in future go an die post gelassen wegen ein ticket konnte ich das nicht krass weil ich habe keine garantie dass ich ihn ziehe aber bei dem new weiß ich rein damit ich habe heute tausend tage in docker erreicht und es gibt feiert escalation ich sehe in cooke black habe ich nicht geht doch habe ich getestet das ist eine katastrophe also das ist ja shameless was das für diese ist vor allem nach future go an und samas wir haben eine animation auf geht's wir haben druck an fest oder lr hier sind so viele druck an fest charaktere ich ziehe zweimal denselben piskopf das gibt es doch nicht das ist jetzt mal wieder ich hab den vor zwei minuten gezogen ist doch nicht dein ernst oder jengbo lens die chance muss man doch angucken ich weiß nicht ob ich für die sammeln ich habe hefte pocket goku nicht gezogen ich finde geil das wort und goku und piccolo junior drin sind aber ich spiele gerade wenig pvp weil lenz grad pvp echt wir haben da käse gebaut mit den servern mit den changes mit dem matchmaking was auch immer deswegen denke ich mir auch vielleicht spare ich einfach oft den nächsten elf den nächsten ultra oder so ich weiß doch nicht ich habe da tausend sie rumliegen aber ich weiß nicht ob ich weiß wirklich nicht ob ich dafür piccolo und goku reinwillen wird nicht eigentlich nicht piccolo hätte ich schon bock wo wir könnten spielen in dem setup das war's geil okay obwohl ich habe eine lr gezogen ich nehme es an aber ja da weiß ich noch gar nicht was ich mache leute oh mein nicht du auf geht's leute auf global haben wir uns nur warm gemacht jetzt 218 tickets escalation kommt schon wir wollen ein easy in future one margin vegetative raditz ovio son alles wir haben ein lokal fest oder lr ja ich guck mal die sind okay aber spar einfach bis wieder was neues kommt ist jetzt nicht so krass wie genio ja geld den anscheinend habe ich auch okay doch jetzt beliebt gerade besser als ich sehe kompletten ich habe es mal überlegt weil mvp 17 elf in dem banner ist aber junge 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 sind mal süß von waldaut und von der leute hab zurück zulump wie zu verb jung w ich BR regret Woll, Leute. More boy, manchen, wie geht's da? Geil. Wisst ihr, einfach der... Fun Fact, ich hab den Goku Black, den fühlt sich damals auf Global mit einem SingSum gezogen. Ich hab da einen Ferienjob damals gemacht. Vor der Frühschicht. 4 Uhr irgendwas. 4.30 Uhr oder so. Ich hab mein Auge grad noch so öffnen, Global Login, SingSum rausgekommen, da hab ich ihn gepullt. Das war krass. Okay, Leute. Geil, schon besser. Margin, wie geht er hier gepullt? Wow, okay. Guck auf, JP läuft schon viel, viel besser. Nice, Easy Virus. Dupe oder 100%? Weiß ich gar nicht. Vielleicht zum Umskillen benutzen. Ja! Aber der ist schon auf 100%... Geil! Nämlich. Vielleicht zum Umskillen auch. Ja, ja, ich hab's grad voll mit Umskillen. 100%? Was? Echt? Wieso? Ja, also... Durch die neuen Events, wenn man die Chars mal wieder spielen will, so... Oder vor allem bei ESA Chars. Die können sich schlagartig ändern, sodass du sie auch anders spielen willst, tatsächlich. Virus hat er auch zum Beispiel an ESA bekommen, bei dem weiß ich gar nicht. Oh, der Bates. Ja, ja, Tapio, we know schon Bates. Bei dem weiß ich gar nicht, wie meine aussieht. Ey, das ist doch ein richtig geiler Mo... Duh, du... Wir müssen es ehren. Schhh. Duh, du... Duh, du, du, du... Duh, du, 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 du... Fahrel, Bulma. Trunks. And yes, even you, Kakarot. mein bruder so cool heute diese karte er ist so männlich es ist unglaublich auf 100% boys and girls das müsst ihr präsent 100 prozent maya jinn vegeta genau das kommt er mein sohn das hat mich echt gehalten du kleiner pisser bei fahrte gezogen den durch auch wenn ich auch irgendwann leute ich hoffe ich ziehe da noch chance geile und das war geil kommen jetzt auf die seien füge geworden jubes die nächste evo ja okay wir haben eine animation es soll schon besser auf jp wir haben eine animation okay falls ich tatsächlich wieder margin weg da ziehen sollte ich würde den ums kind wird den mittlerweile jetzt zwei spielen wenn ich bock hätte den zu spielen weil jetzt also unterschied zu seinem release und jetzt wie er ist könnte man auf jeden fall umskillen das ist es war geschont was glaubte wer ist es Nein, ich kippo, ich sag mal sowas nicht. Es bleibt spannend, Leute. Den hat es doch gar nicht. Ja, Jirobi, du dummer Penner. Dich hätte ich aber lieber auf Global gezogen, um ehrlich zu sein. Aber den nehmen wir. Aber das sah nicht, warum wir die Animation hatten. Das auch nicht. Wir hatten noch, wir hatten noch Satan auf Budo, ne? Pisst euch, Alter. Das ist das allererste Mal, dass ich die gezogen habe. Die werden so hart verstauben. Die werden nicht mal Doken erwähnt. Schade, dass er... Alter, da habe ich Majin gezogen und dann direkt seinen Sohnemann. Okay. Nehmen wir. Okay. Okay. Wenn er Blue geht, haben wir einen LR. Okay. Wir haben Dokenfest oder LR. Eieieiei. Eieiei. Eieiei. Aber ja, Jirobi ist ein... Ja! Nein! Falsche Version. Falsche Version. Also, ich habe den auf JP auf 100% auf Glowblättchen gebraucht. Eieieie. Eieieie. Aber wir ziehen schon viel besser. Gibt es denn physisch gute Chunks? Boah, ich habe, glaube ich, nicht mal für die Gesamtwappels. Oder? Ich weiß gar nicht. EZ-A in Future-Guan. Believe it. EZ-A in Future-Guan. Komm schon. Please. Okay. Wir ziehen die SSR. Aber wo sind die Dokenfest? Schaß. Alles klar. Geil. Let's go. Okay. Nice. Yo, Karl. Hau rein. Gute Spaziergang. Den habe ich damals auch aus dem SingSum gezogen und ich glaube das Video dazu ist sogar noch online, ich bin da richtig ausgetickt. Geil, physisch guter, ja. Kann ich natürlich, also ich gehe brauchen so, aber warum nicht. The Flashbacks. Das ist der brutalste Satz. Lange ich mir gesehen? Ja, geht mir genauso. Meine Bitte, please, wir müssen es manifestieren. Oh, no. Easy A in the future. Easy A in the future one, please. Nein, bitte gib mir eine Animation. Bitte lass mich nicht hängen. Sag irgendwas. Nein, bitte lass mich nicht hängen. Bitte. Bitte, nein. Bitte lass mich nicht hängen. Gib mir eine Animation. Super Sane 1. Wow, aus 50 Tickets. Aus 50 Tickets. Oh, schade. Egal. Oh, okay. Hau ab. Oh, Ribriane. De Chateau. Oh! Evo Vegeta ist so geil. Oh! Junge, wir haben keine Animation. Sind du uns denn besser? Das gibt es doch nicht. Warte, ich slow mal down. Was? Hä? Wie kann das sein? Super... Willst du mich ver... Das ist der... Unser bester Multi ist mit kein Animation gewesen. Ja, wenn du schon so gnädig bist, dann droppe Ize A in the future one genau jetzt. Dankeschön. Junge, was? Wie viel Doka-Fest haben wir gezogen? Das wäre ja krass. Was? Okay, Leute. Believe it. Gseh, die Stilag von 8 Monaten. Aber es geht nicht viel, boy. Wir hauen hier grad die, ähm... ...2-Play-Tickets raus. Oder die Tickets raus. Vegeta, bitte. Sag irgendwas. Persönlich. Ja, mein Bruder. Wir haben... ...ein Doka-Fest oder LR. Let's go. Wieso ich Groan nicht gekauft habe mit Tickets. Schön, dass ihr aufpasst. man kauft ihn zum einen nicht mit tickets sondern mit memorial stones und memorial stones hatte ich 149 ich habe einfach einen zu wenig nachdem ich habe durch die rainbow tickets gekauft habe aber ja dass das passt schon die guck mal lieben ab für ein 2 und 2 was geht ab schade egal dass sie margin of 100 gepult haben war wirklich richtig geil das hat mich sehr gefreut ich bedanke mich fürs zusehen und dann wird euch wer wieso verabschiedet euch schon wir haben noch einzig ist am oder was sie haben sogar noch vier da nicht dann hat nicht mehr auf global hat sich noch weniger auf global hat sich nur 70 oder so 70 memory stones auf 149 krass echt an lackertig wegen einem ansonsten sofort ein dubio aber nee warum wir haben ein ssr passt doch warum nicht ja noch mal schon wie geht er gepult nehmen wir den ich auch an auf 100 prozent es gibt so nicht schon wieder piccolo aber ein anderer auch physisch jedoch ja 100 prozent red so gegen superglas brauchen wir definitiv definitiv da ich das stimme ich dazu die könnten jetzt habe ich ein sing-sum ist das ist ist das in future gohan ist das the one last hashtag ein sing-sum in future gohan pull junge was für flashbacks meine ersten videos waren zu der zeit als zoku black agl oder gegen physisch video blue kamen sucht mal nach dem samm video wenn ihr das findet ihr werdet euch ein ablachen als ich dann gezogen habe ich habe so in das mikrofon reingeschrien und damals habe ich einfach mit iphone kopfhörer aufgenommen müsst euch mal geben aber das sind gerade krasse flashbacks richtig geil ein abholer besser kann mann ohne bimau und und aber und 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 und